hallo liebe angelfreunde ich begrüße euch zu einer neuen folge von unboxing und gewinnen unsere teckel rubrik bei big fish media in der wir in jeder folge routen rollen köder ausrüstung rund ums angeln vorstellen und das vorgestellte teil wird dann an an euch am ende der folge verlost das heißt wir behalten es nicht sondern einer von euch kann dann dabei damit bei sich am wasser spaß haben besser fangen mehr erleben und ich sage in jeder folge was zum gewinner des preises vom letzten mal dazu wie immer später jetzt komme ich gleich mal zum produkt was wir heute dabei haben und das habe ich hier in der hand und da wird sich der eine oder andere schon denken können das ist ein stuhl genauer gesagt der enclave load share von mikado das ist ein etwas besonderer stuhl mit ja ich würde sagen zwei haupt einsatzbereichen das erläutere ich euch in dem video was der vorteil davon ist ich würde sagen jetzt im ersten schritt baue ich den stuhl mal auf dann könnt ihr euch schon mal ein paar details ansehen das ist dann der aufbau bei der erst oder mit der ersten verwendungsmöglichkeit da werdet ihr sehen dass das ding äußerst praktisch ist und danach komme ich dann zur zweiten aufbau möglichkeit und am ende gibt es das ding dann hier für euch zu gewinnen jetzt habt ihr mal ein paar detailaufnahmen von dem enclave load share gesehen ich habe jetzt mit der ersten oder für die erst für den ersten verwendungsbereich aufgebaut es ist ja ein aufgrund des geringen transportmaßes schön leicht aber dennoch gut gepolstert ist der load share hier ganz gut geeignet wenn man mobil auf karpfen zum beispiel unterwegs ist mehrere plätze an einem angeltag befischen will immer umziehen da kann man hier ganz schnell und einfach zusammenklappen und dann am neuen platz dann wieder ausklappen und kann gemütlich sitzen ansonsten habe ich schon gesagt gute rückenlehne man sitzt bequem füße lassen sich verstellen und ja jetzt komme ich gleich noch zum zweiten einsatzbereich von diesem load share hier denn der ist in verbindung mit einem bed share wenn ihr dann doch mal eine nacht unterwegs seid und ihr wollt einen passenden stuhl haben wo ihr euch dann auch mal hinsetzen könnt dann könnt ihr den hier auch in verbindung mit einer liege benutzen und wie das funktioniert das zeige ich euch jetzt im nächsten schritt so leute und jetzt habt ihr die zweite verwendungsmöglichkeit für den enclave load share hier gesehen ich habe es gesagt in verbindung mit einem bed share wenn ihr jetzt hier so wie ich jetzt unterwegs seid habt eine liege dabei und möchte trotzdem noch mal bequem sitzen weil so auf einer ausgeklappten liege zu sitzen das macht nicht spaß auf dauer aber hier mit dem stuhl klappt das super ihr könnt den hier so einfach drauf stellen und das beste ist durch diesen verstellbaren rahmen dahinten könnt ihr den stuhl so einstellen dass er auf die liegen breite passt also wenn ihr eine schmale liege habt oder eine breite liege habt könnt ihr mit dem verstellbaren rahmen dahinten einstellen und dann sitzt ihr wirklich bequem hier also es macht wirklich spaß und wenn die liege höher ist könnt ihr sogar die füße auch hier einstellen das heißt ihr könnt dann auch die höhe noch variieren und sitzt hier wirklich super bequem auf der liege hier in verbindung mit diesem stuhl wirklich eine durchdachte sache und sorgt für mehr komfort beim angeln jetzt wollt ihr natürlich diesen load share hier gewinnen aber bevor es an die gewinnfrage geht für den enclave load share hier von mikado muss ich natürlich noch was zum gewinner des preises vom letzten mal sagen und wie wir es immer machen bei big fish media in letzter zeit zumindest wir müssen unsere unboxing und gewinn folgen vor produzieren deshalb weiß ich jetzt die reihenfolge nicht so genau welches produkt jetzt beim letzten mal dran war und deshalb kann ich jetzt hier ad hoc den gewinner und das produkt nicht nennen aber wie wir es dann machen du findest den gewinner vom letzten mal und das entsprechende produkt in der video beschreibung und wenn du dich da beziehungsweise mit deinem username wieder findest bitte eine e mail schreiben an big fish media web de screenshot von deinem youtube bzw google account dabei packen eine kurze info bei welchem video gewonnen hast damit wir das auch mit dem preis zuordnen können und natürlich brauchen wir noch eine adresse damit wir wissen wo der preis hingehen soll und dann schicken wir dir dein gewinn zu und ja jetzt geht es an die gewinnfrage hier für diese praktische sitzgelegenheit hier und ganz einfach ich habe mir vorher jetzt ehrlich gesagt keine gedanken über die gewinnfrage gemacht deshalb muss ich jetzt improvisieren und deshalb machen wir es heute ganz einfach ich möchte von euch wissen wie heißt dieser praktische stuhl hier ich habe es im video mehrfach gesagt es sollte also keine 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 schwierigkeit sein die frage richtig zu beantworten richtige lösung bitte wie immer hier unten in youtube kommentare rein posten und dann wird es einen glücklichen gewinner geben der mit diesem stuhl hier ganz bequem bei sich am wasser sitzen und dann hoffentlich viele fische fangen kann ich wünsche euch viel erfolg beim gewinnspiel natürlich und viel petri heil wenn ihr am wasser seid macht's gut bis zum nächsten mal